Liebe Frau Merkel, Sie wollen in den nächsten Jahren noch weitere Millionen Flüchtlinge nach Deutschland holen. Wir haben jetzt schon wirtschaftlich große Probleme. Ab nächstem Jahr werden wir es krass zu spüren bekommen anhand der Arbeitslosigkeit. Die Automobilindustrie wird tausende Leute entlassen. Das ist eine Katastrophe für Deutschland, was Sie hier in der Politik anrichten. Es gibt jetzt schon in Deutschland fast eine Million Obdachlose, die inzwischen erfrieren und Sie tun nichts dagegen. Und das Allerschlimmste, was sehr schlimm, wo ich gar keine Worte mehr finde, ist, dass jeder zweite Rentner in Deutschland von unter 800 Euro leben muss. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Wir Deutschen zahlen die höchsten Steuern überhaupt in ganz Europa. Wir arbeiten uns zu Tote. Wir haben die höchsten Arbeitsstunden. Jetzt wollen sie, dass wir bis fast 69 arbeiten, bis wir tot umfallen, damit wir in die Rente kriegen. Und hier in Deutschland ist jeder zweite Rentner unter 800 Euro. Wie soll man in einem Land leben von unter 800 Euro? Wie soll das funktionieren, Frau Merkel? Anhand ihrer katastrophalen Politik wissen die Leute überhaupt nicht mehr, wie sie überleben sollen hier in dem Land. Frau Merkel, Sie bescheren den Deutschen aber nicht nur finanziell großes Leid, sondern Sie lassen sich auch an keinem Ort mehr blicken, wo wieder ein Mensch umgebracht wurde von den Asylforderern, die sie millionenfach nach Deutschland importieren. Frau Merkel, wieso kommt niemand von Ihnen oder Ihrer Politik an einen Ort des Grauens? Warum lassen Sie sich nicht mehr blicken? Weil Sie es aussitzen wollen, weil Sie nicht wollen, dass große Aufhebensturm gemacht wird? Sie stellen sich an die Synagoge von Halle, wo niemand umgebracht wurde. Am Dönerimbus, eine Straße weiter, wurden zwei Menschen umgebracht. Aber da gehen Sie nicht hin. Sie gehen nur dahin, dass es für Ihre Politik und für die Vertuscherei gut ist. Frau Merkel, Ihre Regierung steuert aber nicht nur die Medien. Was man daran sehen kann, dass Ihr Angestellter, Wolfgang Schäuble, die Tochter von Wolfgang Schäuble, ist die Chefin der ARD. Sie bestimmt, was in ARD und ZDF gezeigt wird. Sie diktieren, was Millionen Deutsche im Fernsehen sehen in ARD und ZDF. Und den Deutschen ist es gar nicht bewusst. Es wird nur noch gezeigt, was Sie und Ihre Angestellten haben wollen, dass es die Deutschen denken. Es wird total manipuliert her. Aber Frau Merkel, Sie manipulieren nicht nur die Medien, Sie manipulieren auch die Justiz. Ich stehe heute am ersten Weihnachtsfeiertag, den 25. Dezember 2019 vor dem Landgericht in Augsburg. In Augsburg wurde am 6. Dezember Roland S., ein Feuerwehrmann, ein 49-jähriger Vater und Ehemann mit einem Faustschlag zu Tod geschlagen. Er wurde totgeschlagen. Es waren sieben junge Männer. In den Medien steht nur noch junge Männer. Die Nationalität wird schon gar nicht mehr erwähnt. Sieben Täter waren da. Vor Weihnachten wurden sechs Täter wieder auf freien Fuß gesetzt. Die sechs Täter sind zu Hause und wehren sich und haben es gut, während die Witwe und das Kind von Roland S., dem Feuerwehrmann, zu Hause weinen. Und ganz Deutschland spricht drüber. Und Sie tun so, als hätten das die Deutschen schon wieder vergessen, ihre ganzen Opfer. Ich will Ihnen was sagen, Frau Merkel. Ich habe sehr viel mit Menschen zu tun. Die Menschen reden jeden Tag über Sie und es ist schon lange nicht mehr gut. Frau Merkel, treten Sie endlich ab, dass hier nicht noch mehr Opfer und Leid geschieht in dem Land, dass nicht jeder zweite Rentner von unter 800 Euro leben muss. Das ist eine Katastrophe, was Sie hier veranstalten in Deutschland. Noch etwas, Frau Merkel. Ich und Millionen andere werden Ihre Opfer nicht vergessen. Ich werde jetzt als Erinnerung die Namen der Opfer aufzählen von den letzten Jahren, die Sie auf dem Gewissen haben. Sie werden es nicht vertuschen können. Wir werden immer mehr und wir werden immer lauter. Egal, ob die Antifa da ist und uns versucht zu schlagen. Ganz egal, was Sie machen. Wir werden lauter. Wir werden aufstehen und wir werden sagen, was die Realität in Deutschland ist. Sie können versuchen, es zu vertuschen, wie Sie wollen. Sie werden es nicht schaffen. Frau Merkel nennt die Namen ihrer Opfer, die sie auf dem Gewissen hat, der offenen Grenzenpolitik schon lange nicht mehr. Wir Bürger sollen zu diesen nämlich keine emotionale Bindung aufbauen. Stattdessen sollen wir die unzähligen Opfer ihres Regierungsversagens schnellstens vergessen. Aber das werden wir nicht. Stuttgart, 31. Juli 2019. Ein palästinensischer Flüchtling, der sich jahrelang in Deutschland an Syrah ausgab, schlachte den Vater eines elfjährigen Mädchens vor den Augen seiner kleinen Tochter ab. Mit einem Schwert. Der Vater ist tot. Frankfurt am Main, 29. Juli 2019. Ein Afrikaner, der aus der Schweiz über die offenen Grenzen nach Deutschland kam, stößt am Hauptbahnhof in Frankfurt ein achtjähriges Kind vor dem Zug. Das Kind ist tot. Worms, 10. März 2019. Die 21-jährige Cynthia wird in ihrem Elternhaus von einem tunesischen Flüchtling mit Messerstichen brutal ermordet. Wipper für 10. September 2018. Zwei Migranten töten 22-jährigen Markus B. Die deutsche Justiz setzt auf milde Körperverletzungen mit Todesfolge anstatt auf Totschlag. Die Strafe für die zwei Migranten? Bewährung und Sozialstunden. Würzburg, 18. Juli 2018. 17-jähriger Flüchtling, bewaffnet mit Axt und Messer, attackiert in einem Zug eine fünfköpfige Familie mit Kindern. Während des Angriffs ruft er laut Ala Akbar. Magdeburg, 30. April 2019. Ein Syrer schlug so lange auf eine 18-jährige Frau in der Straßenbahn ein, bis sie eine Nasenfraktur und Augenhöhlenringbruch erlitt. Als ein Medizinstudent ihr helfen wollte, misshandelte der Syrer ihn so lange, bis diese einen Stirnhöhlenbruch bekamen. Baden-Württemberg, November 2018. Sein Einsatz für Flüchtlinge musste der 57-jährige Unternehmer Michael R. mit seinem Leben bezahlen. Der Syrer Mohamed A. hat nicht nur bei ihm gewohnt, er hat ihn vermutlich auch ermordet. Gegen den Asylförderer ermittelt eine Sonderkommission. Der 17-jährige syrische Flüchtling sticht Jura-Frau in einem Supermarkt so lange brutal in ihren Bauch, bis sie ihr Bewusstsein verliert. Vivian lag tagelang im Koma und leidet heute noch unter den schwerwiegenden Folgen. Der Syrer mit dem Messer bekam eine milde Jugendstrafe. Frau Merkel und ihre Justiz. Kiel, 4. Juli 2018. Justiz für zwei syrische Messerstecher. Ein Richter verurteilt einen 18-jährigen Flüchtling, der bestialisch auf seinen Opfer einsticht, zu einer Jugendstrafe. Ein Richter verurteilt Syrer, der seinem Opfer ein 8 cm langes Messer in den Hals aufschlützt. Als Strafe, therapeutische Gespräche. Der Flüchtling sagte, es sei aus Versehen passiert. Reutlingen, 24. Juli 2016. Ein 22-jähriger syrischer Flüchtling tötet seine Freundin mit einem 60 cm langen Dönermesser. Nach dem Mord attackiert er vier weitere Menschen, teilweise schwerwiegend. Vor Gericht war der um ein mildes Urteil mit der Begründung, jeder könne sich mal irren. Wittenburg, November 2018. Ein afghanischer Flüchtling schlitzt 85-jährigen Rentner nachts in seinem Bett die Kehle auf. Die Tochter von Dietrich P. hatte gutmütig den Asylvorderer mit der Pflege ihres Vaters betraut. Kandel, 27. Dezember 2017. Der Afghane Abdou Deh ersticht seine 15-jährige Freundin Nia in einem Drogeriemarkt. Obwohl der Flüchtling laut Gutachten schon 20 Jahre alt ist und er über sein wahres Alter gelogen hat, um sich eine Duldung zu erschleichen, wurde seine Tat milde nach dem Jugendstrafrecht verhandelt. 15. Mai 2019. Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass Flüchtlinge, Asylvorderer, Wirtschaftsbegranten, selbst nach schwersten Straftaten und Morden nicht abgeschoben wurden. Frau Merkel, wir werden Ihre täglich mehr werdenden Opfer nicht vergessen. Ich werde hier stehen. Ich werde zu den Gerichten fahren. Ich werde sie anprangern und die Wahrheit erzählen. Wir werden die Realität laut aussprechen. Sie können die Medien weiterhin manipulieren. Wir werden nicht aufgeben. Frau Merkel, wir sind Millionen. Sie können uns nicht alle wegsperren. Sie zensieren überall die Medien und das Internet. Sie löschen unsere Sachen im Internet von tausenden Menschen, die versuchen, die Wahrheit zu schreiben. Auch meine Konten werden alle ständig gelöscht. Das macht mir nichts, Frau Merkel. Sie richten damit nämlich viel Schlimmeres an. Da sie meine Konten sperren, da sie alles von mir löschen, gehe ich auf die Straße. Egal wie es regnet. Das kann schneien, das kann minus 20 Grad sein. Ich werde mit dafür sorgen, dass sie nicht mehr weiterhin Menschen davon kommen lassen, die andere Menschen umbringen. Es kann nicht sein, dass wir umgebracht werden. Egal von wem. Sie müssen die Gesetze ändern. Ich fordere sie auf und Millionen andere, die hier in dem Land leben. Übrigens auch jede Menge Ausländer. Ich habe sehr viele ausländische Freunde, Frau Merkel. Und die stehen alle hinter mir. Sind alle meiner Meinung. Es kann nicht sein, dass das passiert, was hier in Deutschland passiert. Frau Merkel, wir fordern Sie auf, zurückzutreten. Und zwar sofort. Sofort. Egal, wo Sie gerade sind. Ihren Weihnachtsbraten essen. Sie haben so viele Menschen auf dem Gemüssen. Millionen Menschen reden davon, dass Sie daran schuld sind. Dass wieder eine Witwe jetzt hier in Augsburg zu Hause mit ihrer Tochter alleine sitzt und weint. Und um ihren Mann traut. Ja, da ist was dran. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Bis dann.